Hast du eine Ahnung, was sie hier vor uns sehen, Ishi? Nein, aber sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Die Konföderation würdet beeindruckende Kills als Skillshots. Drücke jetzt N, um die Skillshots-Datenbank aufzurufen und dir alle Skillshots anzusehen, die möglich sind. Töte einen Gegner, indem du ihn gegen eine Oberfläche trittst. Graffiti. Ach so, okay, dann kann man wahrscheinlich... Ey, das ist ja geil. Okay, dann kann man mehrere verschiedene Weise Gegner töten. Also nehme ich mal an. Okay, ist noch alles zu. Töte einen Gegner durch einen Schuss in den Kopf. Kein Ding. Tritt einen Gegner und erschießt ihn dann in der Luft. Oh, ich glaube, das kriege ich noch hin. Ja, also ich glaube, das gucken wir ihn später mal an. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe, alles freizuschalten. So gut bin ich nicht, auf keinen Fall. Nee. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Und sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, den Effizienten zu messen. Neu werden angegriffen. Oh, oh. Voodoo-Puppe. Ey, das Spiel ist echt witzig. Ich muss es euch ehrlich empfehlen, man. Jetzt ist er wie an so einem Schießstand am Weihnachtsmarkt, ey. Hammer. Zack. Oh, das war's. Verdiene dir 1200 Skillpunkte. Führe Skillshots aus, um die Skillpunkte zu verdienen. Diese kannst du bei Versorgungskapseln investieren, um dir Waffen, Munition und Upgrades zu kaufen. Verbinde dich jetzt wieder mit der Versorgungskapsel, um Nachschub zu erhalten. Ah, okay, das wird dann mein Shop sozusagen sein. Ach, und hier ist die Skillshot-Datenbank, wo wir gerade eben waren. Oder? Ja, genau. Und jetzt kann ich hier... mir neue Munition kaufen. Okay, ist noch nicht verfügbar. Kapazitätsupgrade. Ah, geil. Munition voll. 500. Und dann würde ich mal sagen, machen wir gleich wieder alles voll. Super. Geil. Geil, 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 geil. Der, was die für Tiere rumlaufen müssen, ey, das ist echt Hammer. Oh, 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 oh. Zerstochen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hey, ich sag euch. Das ist schon echt cool. Oh. Umweltterrorist. Würgelreiz? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Obwohl das wär ein bisschen krass. Wir sind nicht zivilisiert, aber trotzdem Menschen. Was, jetzt erst ein Kopfschuss? Kugelschuss? Mein Deutsch ist ja auch perfekt, ey. Na komm her, tanzen. Das war der linke Fuß. Zack. Baaah! Aua! Bist du tot? Hallo? Scheiße. Erstmal wieder... Ich weiß nicht, ob ich mir so viel Munition kaufen soll, weil man findet ja auch ziemlich viel. Aber ich könnte noch ein Upgrade kaufen. Ich glaube, das werde ich mal machen. Man kriegt da bestimmt noch spätere Waffen. Aber... Ich werde mir erst mal ein Upgrade holen. Und weiter geht's! Und weiter geht's! Ey! Nicht aufstehen! Ja! Scheiße! Ach, das ist Würgereiz! Mann! Ey! Ey! Weg! 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 Ichi, du Idiot. Trottel. Höh? Ist da reich, mein Mann. Oh Mann ey, also ich muss mich wirklich erstmal an den Stil gewöhnen, weil wie ein normaler Shooter ist es ja trotzdem irgendwie nicht. Aber macht Spaß. Kann man ehrlich sagen, also macht Spaß. Vor allem, wenn man die die ganze Zeit hier so treten kann. Graffiti, ah, alles klar, cool. Dieser Ort ist mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns zu lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Wie in den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Setz los. Die Konföderation belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor. Aha. R.M.T. festzuhalten, um dir jetzt eine anzusehen. Ja, Tasten weiter. Ah. Ah. Es gibt ja ordentlich Punkte. Nice. Wir sind hier in einem Minenkomplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Hat man eigentlich Granaten? Kannst du mit Granaten spielen? Das wäre ja auch geil. Vor allem mit der Peitsche. Oh, man. Haben die keine Hobbys? Was? Ne, anscheinend nicht. Cool Kick. Oh. Trottel. Trottel. Das läuft doch schon mal ganz gut. Erster Akt Kapitel 2. Letzter Zug aus Sprengstadt. Puh, also Leute, ich muss euch echt sagen, das macht einen Heidenspaß. Weiter. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist zu perfekt. Es ist keine Unterwelt-Operation. Wie, es ist perfekt? Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Witzig, dass ich auch jedes Mal so eine Kapsel finde. Ladung Freischalten? Er schießt mit einem konzentrierten Feuerstoß ein Spezialmagazin mit 100 Kugeln. Läscht die meisten Gegner Augen glücklich aus. 3200? Ist mir ein bisschen zu teuer. Aber Muni kann man mal kaufen. Scheiße. Ach, egal. Und weiter. Der einzige Weg. Huiiii! Aufwachen, Grenzebärchen! Der Mann versinkt in seiner Arbeit. Entschuldige! Slago! Du pisst! Slago pisst jetzt mit den Engeln, mein Freund. St Sieh! Ausстройte UGH!